Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Möchtest du gesund werden? Lassen Sie Ihre Zukunft vom Glauben und nicht von Angst bestimmen. Aber manchmal sind Sie krank und haben Angst. In diesen Situationen fragt Gott Sie, ob Sie wirklich gesund werden wollen. Denn um gesund zu werden, müssen Sie einen Preis bezahlen und die Dinge, die Sie krank gemacht haben, hinter sich lassen. Sind Sie dazu bereit? Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienst, der ermutigt, verbindet und berührt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017